Leute, der Hype ist sowas von real. Es gibt neue Informationen zum GTA 6 Trailer. Natürlich habt ihr das bestimmt schon mitbekommen und ich habe schon heute ein Video hochgeladen, aber ich wollte euch das nicht vorenthalten, was da nun passiert ist, denn Roxy Games hat endlich auf YouTube die Premiere gestartet zum GTA 6 Trailer. Aber eins muss man lassen, Roxy Games zieht das wirklich durch. Sie haben weder erwähnt, dass das Spiel GTA 6 heißt, noch gibt es irgendwelche Informationen in den Tags, in der Videobeschreibung oder sonst irgendwo. Sie haben einfach nichts erwähnt. Wir wissen immer noch nicht, wie das Spiel heißt. Es wäre doch einfach so einfach für uns, wenn Roxy Games sagen würde, ey, der GTA 6 Trailer kommt morgen. Warum nennen sie uns den Namen nicht? Wird das nicht GTA 6 heißen, was für mich keinen Sinn macht? Denn alle sprechen über GTA 6. Selbst Jason Scheuer hat es GTA 6 genannt. Das wird sehr spannend zu beobachten sein, was morgen passieren wird. Erstmal den Trailer, die Grafik, alle die Vibes und dann noch zu wissen, wie das Logo aussieht und dann noch den Namen von dem Spiel. Was steht denn auf der YouTube Premiere so drauf? Roxy Games hat heute um 15 Uhr auf Twitter gepostet, Sehen sie sich Trailer 1 auf YouTube an, Dienstag, 5. Dezember um 15 Uhr. Natürlich, wenn man auf das Video draufklickt, sieht man wieder dasselbe. Weder eine Videobeschreibung noch irgendwelche Tags, gar nichts. Wir sehen einfach gar nichts. Es heißt einfach nur wie immer, Watch Trailer 1 Tuesday. Sie nennen den Namen des Spiels nicht. Roxy Games, was ist das Problem? Warum nennt ihr uns das Spiel nicht? Warum gibt ihr des allem hier keinen Namen? Und jetzt schon? Es warten fast 50.000 Zuschauer auf den GTA 6 Trailer und es hat jetzt schon 286.000 Likes. Das heißt fast 300.000 Likes jetzt schon, ohne dass der Trailer gekommen ist, meine Freunde. Das ist heftig. Wir haben sogar Informationen, wie lange der Trailer gehen wird. Und zwar wurde es herausgefunden, es geht 1 Minute und 31 Sekunden. Der erste GTA 5 Trailer ging damals 1 Minute und 25 Sekunden. Und der erste Red Dead Redemption 2 Trailer ging 1 Minute und 9 Sekunden. Das heißt, dieser Trailer von Roxy Games ist schon mal größer als alle anderen Titeln. Ich gehe stark davon aus, wie schon oft besprochen, dass wir erstmal die Maps sehen werden. So ein paar Szenen, Charaktere werden wir sehen, NPCs werden wir sehen. Aber es wird erst so ruhig sein. So ziemlich ruhig, eventuell noch eine Stimme im Hintergrund, die spricht. Aber die richtigen Trailer kommen erst danach. Wir werden erstmal morgen die Map, die Grafik sehen, was Roxy Games untergezaubert hat. Es ist ziemlich geil, Leute. Ich bleibe weiterhin für euch dran. Wie gesagt, morgen um 13 Uhr gehen wir live. Morgen um 13 Uhr gehen wir live. Wir werden es gemeinsam genießen. Die Vorfreude werden wir gemeinsam genießen. Wir werden gemeinsam auf den Trailer warten und dann darauf reagieren. Ich weiß, viele sind in der Schule, auf der Arbeit oder sonst irgendwas. Aber verpasst es definitiv nicht, mit mir gemeinsam es anzuschauen. Das werdet ihr nur einmal in diesem Leben erleben, meine Freunde. Wir sehen uns morgen beim GTA 6 Livestream um 13 Uhr. Bei der geilen Analyse, die wir durchführen werden. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Euer Mr. Six. Bis zum nächsten Mal.